Auf in ein neues Level. Wir sind Level 6. Halte beim Heldenkonzentrator für die maximale Ratsweite. Okay. So. Wir probieren dieses bisschen, bisschen, bisschen angstmachende Level hier. Und schauen wir das hinbekommen. So, ihr könnt mal ganz kommen helfen. Ja, weiß der Monster, da ist das Treffen. So, jetzt probiere ich das Beste, wie gesagt, zum Thema ganz kommen. So, wobei, wenn ihr ein paar seht, die von seinen ersten Games kommen. Wie funktioniert das jetzt eigentlich, Frage Smith? Jetzt sollte ich mal durchlesen, was ich dehe. Titus hat er gedrückt und die Waffe aufgeladen und ziehe sie auf den Zielpunkt. Ah. Ah, wir haben jetzt offentiell eine Sniper hier. Wann verbindest du eigentlich die Schwitz nicht mit den anderen Routern? Ja, das kann ich nicht. Das ist nur ein Rang von ManDead. Ja, das ist ein 24-Seilen-Passwort. ManDead hat das halt so gemacht und da kann ich jetzt auch nichts dran gut hin, leider. Ich muss mir bitte ein E-Spreis-Messer pfähren, das war jetzt das Bär eigentlich rausbekommen. Habe es bis jetzt aber halt noch nicht, weshalb auch immer. Bekomme es aber. So, ja gut. Ah, wir müssen auf die Frage, ob wir jetzt hier... So, jetzt ist die Frage... Im Online ist die Sniper voll aufgeladen. One-Hit. Was stimmt. Also die ist irgendwie... Online ist die Frage, wo geht es jetzt hier eigentlich genau weiter? Ähm, das ist gar nicht mal so einfach. So. Das ist vielleicht mal Lampen wieder an, macht uns das hier auch ein bisschen gemütlich, ne? Ja, viel gemütlich hast du, ey. Aber es ist mal ernsthaft, wo... Wo geht es hier weiter? Hä? Wenn jetzt blind. Ja, es hat eher gedrückt. Aber wohin damit? Wohin damit? Sind doch nirgends wo Gegner. Ich geh jetzt mal hier drauf, in der Hoffnung, dass es hier... Im Ernsthaft, wo muss es hier... Also irgendwer... und ja, das eine müssen wir mal gespoilert haben, bitte. Was es jetzt machen muss... Um hier... Weiter zu kommen. Also, unsigned musst du auf... Sockellinge machen und die Senktakeldinge auf dem Zeppelin absäßen. Kann man mit anderen eigenen Spiele senken? Was kann man anderen eigenen Spiele senken? E-Subguthaben per E-Mail oder sowas. Das geht. Also man kann jemanden per E-Mail Guthabenskarten senken, aber Spiele... Ich bin mir grad nicht mal sicher, weil das kann man auch Spiele versenken. Aber ich glaube, das geht bis jetzt noch nicht. Wieso willst du das Spiel senken? Ah! Ah! Hier hab ich das gemacht. Ah! 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 Ja! Ja! Danke! Cool! Dann muss erst mal drauf kommen. So, die Tanne von der Sniper ist leer, es wird den Sonntag so geile Upplegenz. Und so, falls ich gerade was davon klinge, wie ich das hier gespielt habe, zum Aufnahmeseitepunkt, hatten wir erst... Oh, 1. August ist erst, halluja. Schön. Der Moment, wo man weiß, dass man noch über einen Monat Fähren hat. Ähm. Ja, wie gesagt, zum Aufnahmeseitepunkt war es... Ja, wie gesagt, zum Aufnahmeseitepunkt war es irgendwie... Ja, keine Ahnung. Achso, ja. Halbschweif, so ungefähr. Ja, gut. So, jetzt ist nur die Frage, how to go on? Wie immer. Eigentlich ist es dasselbe, ne? Ich mache mir einfach mal den Weg jetzt frei hierhin. Wobei, ich glaube, ich bin hier irgendwie falsch. Ähm. So. Ah, jetzt ist der nächste Haken. Der ist irgendwie verdammt noch mal so weit weg von meiner jetzigen Position. So, ich kann nicht irgendwie nur ganz außen stehen. Werde ich von den... ...dingern hier sofort überrollt. Jetzt halt. Sehr schön. Oh Gott, ich hasse meine Lampe. Die flackert immer dann, wenn ich sie brauche im Dunkeln. Ja, gut. So was ist tatsächlich ein bisschen nervig irgendwie. Könnte ich auch. So. Ich feiere immer noch... Ich habe Insta, ja. Wird mich auch freuen, wenn ihr mir eine Folge würdet. Ähm. Insta-Link. Ich heiße GamerCodesLP. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, ich habe... ...macht, das heiße. Oh Gott! Nein, das war dumm. Hm, hm, hm. Das war leichter, wenn ihr euch das Video hat gefällt. Nee. Ähm. Ja, seien es war wieder auch irgendwas in... ...deine Luft hier, was ist... ...kann es auch das Ding hießen. Nee, ist weit entfernt. Es hat ja, es war ein Kind, alle tot. Also, ich trug jetzt mit dem Link zu meinem... ...Insta... ...Dings hier rein. Ich würde dir auch noch ganz cool, wenn ihr mir da folgen würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Weil auf der Tattoo ist halt immer so Sachen, wie Stream-Ankundigen, Kundigungen oder sowas machen. So, und hier... ...Mein Instagram-Account-Link. Habe auch noch nicht so krass viele Abonnenten, ne. So, dann siehens Gaming-Wald. Gute Nacht. Danke, aber es soweit fürs Mitzauern. So. Ich muss auch nur noch ein Level zu machen. Ich frage mich da gerade, wie es hier weiter... ...wie es hier weitergeht. Mal wieder dieselbe Frage. Diesmal einfach gar nichts in der Luft. So, ne. Vielleicht ist es ein bisschen zu komplex für die Ursache, die einfach. Ah! Help me. So, jetzt anfahrt ihr die Gleisgute Nacht. Ich muss mich um den Tippe kümmern. Und das schreibe ich dir Gute Nacht. So. Ich wollte einfach mal vielleicht irgendwie so einen Stunden-Scream machen. Das bin ich einfach so ein brutales Lange hier zum Arbeiten. Ich will das jetzt wissen, dass wirklich auch aus Arbeit besser ist, ne. Auch da. So. Also als Arbeit, die ich gern mag, ne. Das sind ja Sachen. Ja, alles nur, was ich gern mag. Ohne Tech. Ja. So, jetzt langsam kapierst den Sinn von dem Level. Abonniert mich und dann verabschiedet ihr mich für den Stream. Und Jam-Accounts morgen will ich dich online sehen, damit wir ein Lishocken und aufnehmen können. Danke fürs Abonnieren. Ich abonniere dich gern zurück, falls du willst auf den Channel. So, jetzt noch die Frage. Ah, fließt einfach zum Weiß. Hier geht's weiter. So, jetzt geht's weg. Nein! Gott sei se! Nein! 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 Alles klar! Das ist krank hier gerade, die Stelle! Einfalls ein Fehler, aber nicht mehr oder weniger am Ars! Das ist krank! Zurück! Sniper! Nein! 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 Okay, ja gut, das Level 6 wird es wohl nächstes Mal angehen, das wird mir ein bisschen zu kompliziert. Also Leute, das war's mit dem Part! Und auch mit dem Stream jetzt vor heute, weil es ist bei uns müssen spätzen! So ungefähr! Ähm... Na gut! Das war's, ich bin raus! Macht's gut Leute! Bis zum nächsten Mal! Und ciao! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Das war's! Auf geht's! Bohe! Aber auf BUetti! ω conceitten euch! Neben detailing euch! Wir Plaidpro zu Ende!